Yo Leute, willkommen zurück bei Depth. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Runde, neues Glück, würde ich mal sagen. Ich bin sehr gespannt, ob wir es hier, ähm, ob wir es schaffen werden. Oh, heute als Taucher. Ich frage mich gerade, warum es am Anfang so ein bisschen laggy ist, aber hey. Äh, ja doch, komm. Ich werde wieder einen auf Goldsammler machen. Und schon bin ich ready. Grab the gold at start. Ach echt? Wir sollen am Anfang, müssen wir Gold sammeln? Wusste ich gar nicht. Dieses Spiel hat immer wieder Überraschungen für mich parat. Na gut, Steve, komm. Bring uns nach unten. Und dann schauen wir mal, ob wir das alles hinkriegen werden. Also, am Anfang, ich hole mir die hier. Und, oder ich hole mir die da rechts. Ne, komm. Wir holen uns die hier vorne. Ich will natürlich den Scooter möglichst schnell wieder freischalten. So. Okay, hab das. Oh, da ist sogar noch jemand, der das andere mitnimmt. Shit, shit, shit. Jetzt darf ich nicht drauf gehen. Oh. So. Zack. Alles bei Steve abgegeben. Cash in the cash. So, warte. Die werden mich wahrscheinlich gleich... Ah, ne, da ist ein Hai. Okay, macht ihr mal. Macht ihr mal euer Hai-Ding da hinten. Der Grans, der bringt in der Zwischenzeit Schätze nach Haus. So. Oh, oh. Komm schon. Oh. Oh, oh. Wow. Habe ich es noch zu Steve gebracht? Warum habe ich nur das Gefühl, dass da gleich ein Hai reinkommt? Weiß ich auch nicht, wie ich darauf komme. So, hier sind keine Schätze mehr. Okay, haben die wirklich alles mitgenommen? Oder hier? War hier noch was? Ne. Oha. Alles mitgenommen, was nicht nid- und nagelfest war. Na gut, okay. Ja, Muni brauchen wir ja wohl nicht. Haben ja keine Waffe. Come back, Rick. Come back. Ich komme nicht zurück. Ich komme erst, wenn ich es möchte. Ey, warte mal, wann hier? Ne, Algen sind das. Okay. So, jetzt Snagger. Die Snack, Snack. Der Grans ist weg. Jetzt könnten wir... Haben wir genug? Oh, wir haben genug für den hier. Leute. Oh, oh. Sind sie hinter mir her? Ja. Shit. Komm schon. Komm schon. Schnell zu Steve. Ah, hab ich's noch Steve? Hab ich Steve die noch gegeben? Ne. Alles fällt. Alles fällt runter. Das ist aber nicht okay. Schon wieder einer hinter mir hinterher? Ne, da oben. Okay. Komm schon. So. Jetzt haben wir Steve aber mal ein paar Schätze in die Hand gedrückt. Okay. Ich würde gerne mir Muni holen. Ah. Oh, was? Den habe ich nicht mehr bekommen? Unlogisch. Der hat ja wohl nicht mehr viel. Naja, gut. Okay. Ich nehme es einmal hin. Ich nehme mir das Marker-Gewehr. Oh. Da ist er. So nicht, Freundchen. Und jetzt werde ich gleich wieder probieren, ein paar Schätze einzusammeln. Also hier am Start waren doch noch ein paar Schätze, siehste. Ohne den Scooter habe ich die scheinbar nicht wirklich gesehen. So, die nehmen wir mit. Das sammeln wir alles ein. Hat er auch den Magneto-Scooter. Oh, da war der Hai. Ich probiere, abzuhauen. Und... Oh, shit. Komm schon. Ich probiere natürlich möglichst viel mitzunehmen. Hey, halt. Steve war ja gerade da bei mir. Hier, Steve. Nimm das gesammelte Gold. So. Nimm es. Und wieder zurück zu Steve. Vier Schätze wieder. Jeder Schatz zählt, Leute. So, guck mal hier. Der gute Staubsauger. Oh, gut. Oh, oh. Hi. Hi-Alarm. Haben Sie ihn? Jo, der ist down. Steve hat Schätze verloren. Schnell. So, zack. Okay. Oben drauf liegen noch sehr viele Schätze. Aber erstmal brauchen wir Muni. Oha. Hinter mir ist einer her. Ich sehe ihn. Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Oh shit. Oh shit. Hallo. Schnell zu Steve. Wieder ein bisschen was abgeliefert. So, guck mal hier. Da ist doch der Nächste. Oha. Hey, so geht das nicht. So geht das nicht. So, sauber. Schnell Muni nehmen. Und dann wird weiter Gold gesammelt. Und dann wird weiter Gold gesammelt, Leute. Ich bin im Goldrausch. So wie im Wilden Westen. Die Leute damals. Genau so geht es gerade dem guten Grants. So, schnell hier wieder rein. Woa, da haben sie mich. Komm schon, Team. Ah, hat das Team mich nicht gerettet. Schade. Gut. Ähm, wieder ein Stieg. Zu viele Schätze da oben, als dass ich da nicht hingehen würde. Oh shit. Er ist bei mir, ne? Er ist definitiv bei mir. Aber ich weiß, dass es hier hinten noch einen Weg gibt. Wow. Ach, komm schon. Hier links. Nein, wo ist der Weg? Hier? Ist das der Weg? Nee. Oh oh. Oh oh. Oh oh, doch hier. Komm schon rein. Rein mit uns. Ah, die Schätze zu Steve gebracht. Geile Wurst, Leute. Richtig geile Wurst. Oh oh. Nein, ich bin genau in seine Fresse reingepaddelt. Ah, Mist, ey. So schön viel Gold. Cash in the Tash. Haben wir genug Cash in the Tash? Ich denke schon. Pass mal auf, wir machen jetzt hier ein bisschen Action. 3.000 haben wir. Das sollte ja wohl genügen. Warte mal hier. Die Schätze, die ich gerade gedroppt habe. Fuck, this is scary, sagt der eine. Gut, ich dachte, dass mein Speer den auch getroffen hat eigentlich. Aber hey, ich will mich ja nicht beklagen. Da liegen Schätze. Wow. Steve, nimm meine Schätze. Schätze habe ich aber noch abge... That's what she said. Ähm, ich glaube, ich nehme Sonoboyen mit. Sonarbooyen. Denn, ähm... Für unsere Stealth-Dingens sorgt ja der andere Kerl da schon. Deswegen sollten wir dafür sorgen, dass wir die Haie rechtzeitig sehen. Die haben auch nur noch 5 Reinforcements, Leute. Also, könnte schwer werden für die. Wo geht Steve lang? Ah, hier bei mir. Okay. Glaube nicht, dass hier noch allzu viele Schätze rumliegen sollten. Ah, ich habe den Haie gerade angezeigt. Boah, das explosive Gewehr. Das reißt den Haien so richtig den Arsch auf. Aber hey, so muss es sein. Da freut man sich als Hai-Feind. Ah, wir kriegen dat, Leute. Dat kriegen wir richtig gut. Da haben sie schon wieder einen erwischt. Boah, die mit ihren explosiven Dingern. Zwei Hai-Reinforcements nur noch. Leute, dat Ding, äh... Dat Ding sollte uns gehören. Boah, ja gar nicht da mit raufballern, wenn die mit ihren explosiven Dingern um sich schießen. Ein Reinforcement nur noch. Der letzte Hai, Leute. Der letzte seiner Art. Oh, da haben sie ihn. Da haben sie ihn. Ja, da haben sie gut Schaden gemacht. Und 5200 habe ich dem Team beschert. Bin trotzdem nur auf den dritten Platz gelandet. Weil die anderen natürlich hier einen krassen Damage rausgedrückt haben. Wenn man mal schaut. 93. Leck. Oh, mio. Und, ja, 30. Ich glaube, ich bin... Ich bin 21. Also, ihr seht schon. Die waren alle... Oh, und der war Level 3. Immerhin besser als der Level 3er. Yes. Geizheils. Sauber. 40% der Schätze. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020